Liebe Zuschauer, haben Sie es sich zu Hause auch schon richtig schön gemütlich gemacht und überall die Deko verteilt, damit die richtige Weihnachtsstimmung aufkommt? Wenn nicht, dann wird es jetzt höchste Eisenbahn, denn bald steht ja schon Weihnachten vor der Tür und bald können wir auch schon die erste Kerze anzünden, liebe Zuschauer. Und deswegen haben wir jetzt eine Sendung für Sie, wo Sie nicht nur Dekorationen haben, sondern auch Spielzeug. Es ist quasi beides in einem und ich kann nur sagen, das sorgt für eine ganz tolle Stimmung und Sie können das Weihnachtsfest in vollen Zügen genießen. Und Kai ist an meiner Seite und stellt Ihnen die Produkte vor mit mir. Hallihallo, da bin ich wieder mit Jana zusammen. Das, was jetzt auf dem Tisch steht, unser erstes Produkt von dreien, was wir Ihnen vorstellen, das kenne ich schon seit Jahrzehnten. Und immer wenn die Weihnachtszeit im Fernsehen losging, dann saß ich mit ganz großen Augen vor dem Fernseher und war immer total begeistert von der Werbung, von dieser Stimmung, die da kam. Weil einer der größten Zuckerwasserhersteller, so anders kann man es gar nicht sagen, weltweit zu der Zeit, noch heute sind sie ja nicht mehr so groß, hat diesen klassischen Coca-Cola-Truck. Und ich erinnere mich da immer noch dran, wenn es dann dunkel war abends draußen und man machte irgendwie Freitag, Samstagabend den Fernseher und dann fuhr da immer dieser Truck mit dem Santa Claus dann vorbei. Alle Straßen waren wunderschön beleuchtet und ich muss ehrlich sagen, da bin ich immer richtig schön in Weihnachtsstimmung gekommen, wenn ich den Truck gesehen habe. Mir geht es ganz genauso, vor allen Dingen die schöne Festbeleuchtung dazu. Und das Rot ist ja nun mal auch in dem Weihnachtsmann in der Verkleidung wiederzufinden. Also sprich das Rot... Dienstkleidung, nicht Verkleidung, Dienstkleidung. Ja, Dienstkleidung, genau. Das Schöne ist, liebe Zuschauer, dieser Truck, den kennt wirklich jeder und das Zuckerwasser natürlich dementsprechend auch. Und der sieht wirklich täuschend echt aus. Mit dem kann man sogar hier auf den Tisch hin und her fahren, sehen Sie das, liebe Zuschauer. Das heißt, Ihre Kinder, gerade die Jungs, die würden bestimmt gerne mal damit spielen. Und es macht sich natürlich auch richtig schön, wenn Sie damit das Ganze die Vitrine schmücken. Das geht natürlich auch. Ganz genau. Und dieser Coca-Cola-Truck ist natürlich wirklich legendär. Es gibt da schon, ich habe mal nachrecherchiert, über 20 Jahre diese Werbung. Das ist natürlich eine ganz schön lange Zeit. Viele von Ihnen kennen das auch noch. Das läuft ja aktuell jetzt auch wieder. Und ich habe mich damals immer gefragt, Mensch, so einen Truck hätte ich auch mal gern. Und viele Kinderaugen, die diese Werbung gesehen haben, die gerade eben auch mit so Modellauto spielen, die hätten sicherlich auch gern den Truck gehabt. Wir bieten Ihnen den heute an, zu einem sensationell, entschuldigen Sie, günstigen Preis. Das hast du sogar noch benossen. Ja, wir haben nämlich hier etwas kühle Luft heute von der Klimaanlage. Und viele, viele von den Jungs hätten sicherlich gerne auch mal diesen Truck zu Hause gehabt. Der kostet normalerweise, ich sage es wirklich mal, ein Schweinegeld, wenn man den normal kauft, irgendwo im Fachhandel. Wir haben den für Sie zu einem sensationell, günstigen Preis. Und wenn Sie einen von Ihren Lieben haben, der bei der Werbung immer so vom Fernseher klebt und sagen, will ich auch haben, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, für ganz kleines Geld den Original-Truck hier zu bekommen von Coca-Cola und vielleicht die Werbung nachzuspielen oder zu sagen, den wollte ich eben, wie es Gianna gerade schon gesagt hat, immer schon mal in der Vitrine haben. Ich sammle Laster und der Coca-Cola fehlt mir noch. Dann greifen Sie jetzt zu und holen Sie sich diesen wunderschönen, detailliert und getreu und echt gemachten Petter-Bild. Genau, das Schöne ist, liebe Zuschauer, man hat das Gefühl, das ist der richtige, originalgetreue LKW von Coca-Cola. Das Schöne ist, es ist alles detailliert, also sogar die Reifen, die Felgen kann man hier sehen. Und wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen genau näher fahren mit der Kamera, ein bisschen ranzoomen, dann sehen wir auch wirklich, wie toll das verarbeitet ist. Und wir sehen natürlich auch den Santa Claus drauf, wie er uns zuwinkt. So kommt man natürlich genau in die Weihnachtsstimmung rein. Und das eignet sich zum Spielen und passt überall hin, egal ob Sie sagen, ins Kinderzimmer, in die Vitrine oder im Wohnzimmer. Da finden Sie überall ein kleines Plätzchen. Und du hast es schon gesagt, für einen unglaublich günstigen Preis. Die Länge von diesem LKW beträgt 31 Zentimeter. Und wie viel Räder haben wir? Ja, wir haben insgesamt Achsen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Achsen. Und insgesamt zwei, vier, sechs, das muss ich mal nachzeigen. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn, achtzehn, zwanzig, zweiundzwanzig Reifen insgesamt. Bestellnummer ist die RK1373 und dann die 569. Sie können übrigens den Anhänger auch abnehmen, das heißt den großen Petter Bild alleine fahren. Und wir haben noch eine Kundenmeinung dazu, oder? Hast du noch? Ja, du hast auch eine. Nee, ich habe für den nächsten. Achso, für den nächsten haben wir dann. Okay, also RK1373569 und dann kommt dieser wunderschöne Petter Bild Truck zu Ihnen nach Hause. Und für die Jungs, für die kleinen Jungs, die heute auch noch mit diesen kleinen Metallautos spielen, sicherlich ein ganz, ganz, ganz tolles Geschenk, um den Fuhrpark eben sozusagen zu erweitern. Oh, und jetzt geht's weiter, liebe Zuschauer. Ich freue mich schon die ganze Zeit auf dieses besondere Plüschtier, liebe Zuschauer. Das ist nicht nur irgendein Plüschtier, was Sie zu Hause kennen, was dann einfach so einstaubt irgendwo, sondern das ist ein wirklich schönes Kuscheltier, was sogar noch viel mehr kann. Sie sehen hier ein Renntier und da drauf sitzt ein kleiner Santa Claus. Ganz genau. Und ich muss Ihnen dazu sagen, wir haben ja viele, viele witzige Produkte im Programm, wie unsere wackelnde Weihnachtsmütze und auch so ein paar Sachen, die wir in den letzten Sendungen von vorgestellt haben. Aber was Sie jetzt gleich erleben werden, das spricht Bände, spricht für Sie selber. Und da kann ich Ihnen bloß sagen, wir sind jetzt von den Stückzahlen her begrenzt. Das ist ein Muss. Wenn Sie einen absoluten Knaller als Weihnachtsgeschenk abliefern wollen, dann bitte sofort jetzt das Telefon in die Hand nehmen. Gucken Sie es sich an. Es ist unglaublich, was diese ganze Thematik hier abliefert. Was ich schön finde, liebe Zuschauer, dieser Weihnachtsmann und auch dieses Renntier sieht so süß aus. Kai, magst du es mal answitchen? So, komm mal her. Und ich kann nur Ihnen sagen, dass dieses Plüschtier alles vom Hocker holt. Also egal, ob es die Kinder sind, die da mit den leuchtenden Augen davorstehen oder die Erwachsenen Lächeln auf die Lippen bekommen. Aber ich glaube, wir sollten jetzt mal das Geheimnis lüften. Wir lassen es mal für sich selber sprechen. Achtung, es geht los. Achtung. Haben Sie das gesehen, liebe Zuschauer? Wahnsinn. Also wenn das kein klasse Geschenk ist, dann weiß ich es auch nicht, weil damit haben Sie die Brüller auf Ihrer Seite. Das kann ich Ihnen sicher sagen. Das ist so unglaublich gut als Geschenk. Und er schafft tatsächlich seinen Rückwärtssalto, wackelt mit dem Kopf auch das Renntier und er singt natürlich noch Merry Christmas. Jetzt gucken Sie sich das mal an. Das funktioniert perfekt. Jetzt setzt sich das Renntier wieder hin. Das ist ein absolutes Muss, was Sie zu Hause wirklich als Geschenk mal einpacken sollten. Das ist so genial. Für mich der absolute Favorite in unserem ganzen Programm. Das ist der absolute Knüller. Anders kann man es gar nicht sagen. Setz dich nochmal hin und zack. Das ist so lustig. Das ist unser Salto-Klaus, liebe Zuschauer. Ein Weihnachtsmann mit Rentier, der auch noch Purzelbäume miteinander macht. Also ich finde es wirklich ganz toll. Akrobatik vom Feinsten. Und das ist echt ein drolliger Weihnachtsmann. Du hast ja auch noch eine Kundenmeinung zu diesem schönen Küchtier. Das ist genau. W.endpunkt aus Neustadt hat uns geschrieben. Freue mich schon auf Weihnachten. Hat mit dem singenden und tanzenden Weihnachtsmann schon viel Spaß. Da leuchten dann die Kinderaugen und die Obers und Opas schmunzeln auch. Eine Freude für Jung und Alt. Das können wir Ihnen genauso nur weitergeben. Das ist sensationell. Ganz tolles Produkt. Zugreifen NC6201. Und dann die 569. Und ich sage es Ihnen, wir sind begrenzt. Und von Anfang an, hier läuft nochmal der Einspieler, wie er funktioniert. Und das auf allen Hartböden, auf allen glatten Oberflächen, können Sie den Laufen springen lassen. Ist das nicht genial? Also das ist eins der pfiffigsten und witzigsten Weihnachtsgeschenke, was wir überhaupt je vorgestellt haben. Ja, finde ich absolut auch. Hier steht auch nochmal die Bestellnummer, liebe Zuschauer. Das ist die NC6201 und die 569. Da haben Sie also das Rentier, was kopfwackelnd auf die Hinterbeine sich setzt und dann einen Rückwärtssalto macht. Und natürlich samt dem Weihnachtsmann. Finde ich eine ganz drollige Idee. Aber jetzt sehen Sie schon unser nächstes Produkt, liebe Zuschauer. Wir haben ja gesagt, Dekoration vom Feinsten. Und so kommt man richtig schön in die Weihnachtsstimmung. Denn Weihnachten ohne Schnee ist irgendwie kein richtiges Weihnachten, oder? Genau. Und wir haben uns vor allem gedacht, Schneekugel kann jeder. Aber Riesenschneekugel können eben bloß wir. Und deswegen haben wir das auch gemacht. Hier sehen Sie unsere Riesenschneekugel mit unserem Santa Claus. Und die ganze Sache funktioniert natürlich mit Kunststoffkügelchen innen drin. Und mit einem Gebläse. Das heißt, Sie haben hier eine richtig schöne, riesengroße Weihnachtskugel, die richtig schön gemütlich schneit. Und einfach auch ein sehr, sehr, sehr kuscheliges Ambiente zu Hause bringt. Vielleicht auch mit einem kleinen Augenzwinkern dazu, muss man auch sagen. Ganz einfach zum Nach- und Umfüllen mit Reißverschluss auf- und zumachbar. Überhaupt kein Problem. Die Maße sind 40 Zentimeter im Durchmesser und die ganze Kugel ist 48 Zentimeter hoch. Ich finde es ein super süßes, kleines Geschenk, wenn Sie einfach mal sagen, es soll was anderes sein. Und wenn Sie das dann einfach mal mitbringen, dann ist sicherlich auch die Überraschung auf Ihrer Seite. Absolut richtig. In dieser Schneekugel haben wir ja den Weihnachtsmann, wie er da durch den Schnee gleitet. Und da haben wir dann auch noch das Rentier. Finde ich eine super klasse Idee. Und liebe Zuschauer, man hat auch das Gefühl, es schneit richtig. Also es kommt richtig tolles Feeling auf, nicht nur vom Auge her, sondern auch vom Gehör. Sie haben das Gefühl, Weihnachten steht vor der Tür und so soll es auch sein. Die riesen Schneekugel mit Santa Claus können Sie bestellen unter der Bestellnummer NC6006 und die 569. Genau. Und alles kriegen tun Sie unter der 080, wie immer bekannt, 51, 51, dreimal die zwei. Jetzt ans Telefon, weil unser Santa Claus mit dem Rückwärtssalto ist begrenzt. Also, auf geht's, bestellen Sie sich Ihren Spaß zu Weihnachten. Bis zum nächsten Mal.